Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück. Heute wollen wir uns das Blue-Green-Deployment angucken. Blue-Green-Deployment ist eine Variante, um ein ganz besonderes Problem zu umgehen. Und zwar, man braucht ja irgendwie eine Variante der Software, an der man weiterentwickeln kann. Und man braucht auch gleichzeitig eine Version der Software, an der man tatsächlich Kunden dran lassen kann. Und ja, dazu gibt es eben Blue und Green. So, das heißt zunächst einmal, das Setup sieht folgendermaßen aus. Wir haben einen User und der greift natürlich auf unseren Load-Balancer zu. Und der Load-Balancer verweist ihn jeweils an einen Server. So, das heißt, wir haben zwei Server zur Auswahl. Das können auch zwei Systeme auf einem Server sein. Das ist nicht das Problem. Wir können ja zwei Docker-Container zum Beispiel auf einem Server haben. Und eins ist eben das tatsächliche System, was wir nutzen. Und das andere ist das Test-System. Wenn jetzt also, sagen wir mal, die Devs auf dieses System hier zugreifen, dann werden die User zu 100% auf das blaue System umgeleitet. Und die Devs können das grüne System zum Überprüfen oder zum Testen und zum dran Arbeiten verwenden. Während, wenn wir jetzt damit fertig sind, das heißt, der neueste Patch ist aufgespielt, die neue Version ist fertig und es funktioniert alles wirklich so, wie es sein soll, dann wird das Ganze fallen gelassen und die 100% werden auf die neue Version übergewechselt. Das heißt, die greifen ab sofort auf den oberen Server zu. Und ja, machen alle Sachen dort. Und im Endeffekt wird dann auch die Datenbank komplett übernommen. Und ja, man hat eben ein neues System, ein fertiges neues System. Während die Entwickler, die haben das untere System, um zu testen, um zu pushen und um zu testen, ob das ganze Ding auch wirklich funktioniert. Und ja, danach macht man das quasi wieder von vorne. Das heißt, danach entwickelt man wieder an dem oberen System und die User greifen auf das untere System zu und so weiter und so fort. Und das ist Blue-Green-Deployment. Das heißt, die Umgebungen hier oder die Server wechseln im Endeffekt zwischen Staging, Productive, Staging, Productive und so weiter und so fort. Und der jeweils andere Server ist genau das Gegenteil davon. Wunderbar. Ja, natürlich kann der Load Balancer hier nicht nur auf ein System verweisen. Das ist klar. Das heißt, wenn wir mehrere Systeme, also sagen wir mal, wir haben 10 Systeme und die Entwickler brauchen ein System zum Testen, dann ist klar, dass der Load Balancer die 9 anderen Systeme aufteilt und nicht die Entwickler 5 Systeme bekommen und die normalen Kunden auch 5 Systeme, sondern normalerweise braucht man dann eben nur ein einzelnes System, auf dem die Entwickler dann drauf sind. Je nachdem, was es für eine Umgebung ist, kann es da tatsächlich auch sinnvoll sein, den Entwicklern mehr als eine Umgebung zu geben. Aber das ist schon sehr, sehr speziell, beziehungsweise da möchte man vielleicht mehrere Features gleichzeitig testen und so weiter und so fort. Das braucht man in den meisten Fällen hier tatsächlich nicht. Das heißt, wir haben hier eben einen Wechsel zwischen Staging und Productive und die ganzen Systeme werden quasi durchiteriert. Beim Patchen ist es dann einfach so, wenn ihr mehrere Systeme habt, also sagen wir mal, ihr habt wieder diese 10 Systeme, dann wird tatsächlich hier auf einem System wird entwickelt und wenn das fertig entwickelt ist, dann spielt man da nach und nach die Patches auf. Das heißt, man spielt auf dem ersten System, auf dem die Entwickler drauf waren, ist ja schon das Neueste. Das heißt, der Load Balancer verteilt auf dieses System auch. Ein anderes System wird rausgenommen und dort wird der Patch dann aufgespielt. Und dann werden auf das wieder User zugelassen und ein anderes System wird rausgelassen. Und so werden quasi die ganzen 10 Systeme nacheinander gepatcht und eins bleibt am Ende übrig und das bekommen dann die Entwickler. Okay, ja und das war es eigentlich auch schon wieder mit dem Blue-Green Deployment. Und nächstes Mal gucken wir uns das Immutable Deployment an. Das hier sollte ich noch fallen lassen. Und ja, wir hören uns wieder. Bis dann. Ciao.